Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit den neuen Codes von Version 3.7 frisch aus dem Livestream. Das hier ist Code 1 und keine Sorge, ich poste sie euch in die Kommentare. Dann könnt ihr sie entweder im Spiel selbst oder auf der Website einlösen. Link zur Website werde ich auch in die Kommentare posten. Und ja, das hier ist Code 2. Und zu guter Letzt noch Code Nummer 3. Der erste Code gibt euch 100 Urgestein und 10 mal mystisches Verstärkungserz. Der zweite Code gibt euch 100 Urgestein und 5 mal eine Sade in Weisheit. Und der dritte Code gibt euch 100 Urgestein und 50.000 Mora. Das Ganze sieht dann so aus. Ihr geht ins Spiel, klickt auf Nachrichten, habt eure drei eingelösten Belohnungen und bekommt insgesamt 300 Urgestein und die anderen Belohnungen. Ja, ihr habt nur bis heute Nacht Zeit bis zum Server Reset, heute Nacht. Wenn der Server Reset passiert ist, dann könnt ihr diese Codes nicht mehr einlösen. Das sind ja so rund 14 Stunden ab jetzt. Das heißt, beeilt euch, löst sie schnell ein, sagt es jedem, den ihr kennt, der sie auch einlösen möchte. Und viel Spaß mit den 300 Urgesteinen. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wird mich selber ein Like, Kommentaren, Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact und ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.